Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Der Aufzug ist endlich oben angekommen und wir probieren nochmal den Oma-Boss, hallo Tastatur, hier aus der Hose zu schlagen. Endlich. Das bin ich. Ja, nimm das. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Klar, das ist, das hat man glaube ich schon, das ist Journalisten-Bund-Ausbildung. Ober, Ober, Ober-Boss. Das ist halt, die steht da gleich irgendwo und, äh, ich kriege sie voll auf die Witze. Da ganz oben drauf, okay. Das ist jetzt. Ich habe mich nicht verstanden. Oh, das musste creden, wenn ich mich nicht verstanden habe. Wieder einer weniger, damit du die Schnellspeicher zwischendurch Mal vergleichen uns bestimmt hier etwas ganz Großes auf die Bord fahren Nämlich der hier gerade streitet, weil wir alle oben sind Ich möchte den nicht erkennen, der Echt, da wäre ich nicht rausgekommen Andererseits sehen die immer wütend aus Oh, noch ein Simplek rein, kriege ich und noch ein kleiner Freund Das Bärte kann ich nicht klagen Ich habe dich echt müde gemacht, das ist ja nett Das war zwar nicht mein Wunsch, dich echt müde zu machen Da ist er ja, der Hütterschnecke Nein Nein, hallo Da kommt der da mit dem Minigun reingelatscht Jetzt sagt guten Tag Das ist besser gelaufen als erwartet Das ist die große Dumpen, aber ich denke mal nicht Ich habe nicht mehr Schuss genommen Das ist nicht übrigens das was gegen die hässlichen Däumen hier ist blau Wir müssen nicht bemerken Das sind die ganze Zeit Verhalten Wir müssen auf jeden Fall Wir müssen das Wir müssen das Weißna Das ist geil Wir müssen das Wir müssen das Wir müssen das Wir müssen das Wir müssen Oh! Gar nicht jetzt so weit gekommen. Nachschlempfe für den Einsatz. Komm, komm! Oh, was hat mich da weggefetzt? Autsch. Ich hasse ihn jetzt schon. Ich werde ihn besiegen. Irgendwie. Hey, da draußen ist was. Jetzt bin ich wütend. Ich habe mich selbst wehgetan. Halbbar, auf jeden Fall. Der Typ ist echt der heilige Schein. Ich will hier auch gar nicht leben. Leben. Ich soll hier wegkommen, aber hier nie überleben. Auf jeden Fall. Ball Hits. Da geht der da und so, bevor jetzt was passiert. Einmal speichern. Guck mal, guck mal, was er denn schönes dabei hatte. Okay, Negan. Das war's. Okay, der Mond... Guck mal, was... Ähm. Noch so einer? Okay, man. Okay, man, das ist das. Okay, man. Okay, man. Okay, man. Okay, man. So, da... Warte, irgendwas, was ich demontieren kann? Ich gehe gerade dicht. Ja, wenn du meinst, hier oben ist sauber, da ist aber noch... Oh! Oh! Äh... Ich will dich ja da rausholen, aber ich kann das Schloss nicht knacken. Ich gehe doch nicht auf. Das gehe ich auch nicht auf. Bissend. Aber... Wir können ja noch... Ich komme euch hier rausholen, sobald ich eine Zellenschlüssel hier gelootet habe. Ich kann nicht direkt hier das Jagdgewehr verwehrt. Okay. Sag einfach Bescheid. Ja, dann komm mal her. Also, warte. Suchst du was Bestimmtes? Ja, eigentlich wollte ich dir gerade was drüber geben. Und zwar... Den habe ich übrigens eben beim... Weil der Speicherstand war verbuggt, ich musste nochmal neue hochkämpfen, habe ich das hier bekommen. So, das kannst du nämlich jetzt anziehen, dieses Blei verkleidet, äh... Mann, du hast echt... Ich hab dem... Ich hab der arme Dame echt Krempel in die Hand gedrückt, ey. Oh, ja. Sexy. So, ähm... Folgen wir strong. Ihr weist den besten Weg raus. Aus diesem Scheißtum. Äh... So. Ja, also. Ne Wackelpuppe. Jetzt weiß ich, wieso ich da unten bin, aber... Hier unterwegs immer so... Klamotten für Super Mutanten gefunden habe. Glaube ich nicht ein Super Mutanten als Begleiter. Oh, ich hau den Kollegen. Er ist u think strong, du findest du strong. Oh, mein Mann, weisst du mich druch? Og, w�를 krumpeln das..." Der ist strong! Hå Strom! Gute Übersetzung, wir sind der Hå Baoh br chicos. Da ist auch der Scheissding. Wo ist den jetzt Rex turns Pan? Mr. Godman? PH Italien! Daten... Die Breaks gucken mal in Sicherheit, wo steckt er denn? Ist doch gut, ne? Ah, jetzt ist er wieder da! Ich könnte diese wilden Zittis finden, indem ich es ihnen beibringen. Mann, wie laut! Sie ist das Geheimnis der Kraft von Smash. Darum will er, dass wir ihm helfen, sie zu kümmern. Okay. Zum Glück werde ich unseren Geist und spreche die Welt des Bar. Das wäre gut, ne? 9. 2. 1. 2. Der herben Tränser will ich mich ergeben. Weise sagen, weise treibst du. Er bleibt stehen. Warum bleibt es stehen? Wir werden alles sterben. Das ist das Ding. Niemand besiegen, Strom. Besser sterben, dann drängst du. Dann drängst du viel, du kannst nicht mehr laufen. Wo können wir denn gerade? Ein bisschen unbefuttert Dosen. Jetzt kann ich doch wieder laufen. Strom geht rein. Wir wollen hier runter. Eine Eingeweide bleiben, besser da, wo sie sind. Nichts. Nichts. Nein. Eine Eingeweide bleiben. Alles in den Z꺼� Ghostbalkern. Das sind die Stärkvall, der wir binden. Lachen nicht. Um, das sind die Stärkvall. Ja. Die Stärkvall. Wunderbar. Neujen viss. Hausverdokter. Die Stärkvall, der wir jetzt noch nicht wieder fragen. Ah, ich hab's zu spät gedrückt. Tchaaack. Gehen wir bald da. Ah, jetzt sind wir hier unten. Na, da kommt auch Piper von vor. Die hat die Abkürzung genommen durch die Bude. Er stampft auch gar nicht. Boom, 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 boom. Sprech mit Rex, good man. Rex! Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Keine Ursache. Du bist ebenso gütig wie mutig. Wie auch immer, ich bin dir sehr dankbar. Ich möchte, dass du das hier nimmst. Bitte entschuldige mich jetzt. Ich sollte jetzt von diesem grässlichen Ort verschwinden. Ich kehre zu WRVR zurück und mach wieder Radio. Ja. Der Vorhang fällt. Und jetzt bin ich irgendwie wieder zu schwer, weil ich... Strong ist bereit, dich zu begleiten. Das finde ich schön. Irgendwas habe ich aber gerade bekommen. War das Kleidung, die ich da bekommen habe? Reginal's Outfit. Ja. Strong ist bereit, dich zu begleiten. Gehen finden Milch der Menschenliebe mit Strong. Hm. Wir müssen Ausrüstung tauschen. Strong mehr als schwache Menschen tragen können. Das finde ich gut, dass du mehr als schwacher Mensch tragen kannst. So kann ich dir nämlich Sachen geben. Nimmst du erst mal das hier. Ich habe so viele Klamotten dabei. Gehst du erst mal das da alles rüber. Hast du kurz Zeit, Großer? Strong mit Mensch gehen. Ja. Ich halte mein Versprechen. Gut. Strong gehen mit Mensch. Mensch helfen. Strong finden. Milch der Menschenliebe. Strong lernen Geheimnis von Menschen. Ich zeig dir die Milch. Die Mutanten seid aus der Nähe betrachtet auch nicht viel hübscher. Strong sagen das gleiche über kleine Frau. Ähm, Piper nach Sanctuary Hills. Reise bestätigen. Aber ich hätte gern Piper weiter dabei. Geh, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja, gehen wir. Aber ich muss dir erst mal... Klar, gehen wir. Wird gemacht. Bäh, dieser Mensch weich. Schwach. Überleben nicht lange. Komm schon, Großer. Ich kenne ein paar deiner Brüder, die anderer Meinung sind. Das kann man nämlich Strong nach Sanctuary Hills schicken. Ja. So. Tschüss, Strong. Wir sehen uns. Das war's jetzt aber auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Snaker. Ciao.